Oh Gott, werde ich gleich von irgendeinem Truthahn angefallen, der hier meinen Brunstschrei gehört hat? Bitte nicht! Ich will angreifen schon! Boah, ich werde diese jetzt sowas von wegrevolvern hier. Ich würde gerne irgendwas jetzt mal hier mal irgendwo drauf schießen. Mist, ich hätte am Anfang auch schon auf das Tier schießen können. Ich habe nicht gewusst, dass ich da schon eine Waffe dabei habe. Boah, ich würde jetzt gerne wirklich mal auf ein Tier schießen. Natürlich nur im Spiel, ne? Ich möchte es an der Stelle ganz kurz sagen. Im Relay würde ich niemals auf die Idee kommen. Also, ich möchte auch kein Tier töten so. Aber so im Spiel ist es cool. Hat dir dieser kurze Clip gefallen? Dann schau jetzt gerne auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei.